Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 7413. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Unser Kind steht im Zentrum unseres Lebens. Das haben wir gemeinsam entschieden. Unser Kind steht im Zentrum unseres Lebens. Das haben wir gemeinsam entschieden. Jetzt können wir zusammen nach oben gehen und über den dritten Stock sprechen. Jetzt können wir zusammen nach oben gehen und über den dritten Stock sprechen. Jetzt können wir zusammen nach oben gehen und über den dritten Stock sprechen. Was du tun kannst, wenn du erkältet bist, erfährst du hier. Die Informationen kannst du mitnehmen. Was du tun kannst, wenn du erkältet bist, erfährst du hier. Die Informationen kannst du mitnehmen. Was du tun kannst, wenn du erkältet bist, erfährst du hier. Die Informationen kannst du mitnehmen. Am Meer stehen hohe Palmen, die sich im sanften Wind wiegen. Die Flugbegleiter sorgen für die Sicherheit der Passagiere während des Fluges. Die Flugbegleiter sorgen für die Sicherheit der Passagiere während des Fluges. Die Flugbegleiter sorgen für die Sicherheit der Passagiere während des Fluges. Gitarre spielen habe ich von meinem Vater gelernt. Ich brauchte keinen Musiklehrer. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren und gib uns bitte ein Like. Gitarre spielen Vielen Dank.